weiter geht's mit wario land 4 der toxic landfill jetzt landen wir auf einem schrottplatz und hier gibt es viele schätze die sich war sicherlich sicherlich nicht entgehen lassen hier ein bisschen umgucken kann nicht schauen ok fütter mich mal schau mal was da unten ist ich finde es passt irgendwie nicht zu einem müllhalter der soundtrack aber ich finde die easy ok ich habe schon einige stimmel abgelassen so jetzt kommen wir wieder zu einem kleinen glitzelchen ok diese steine sehen so aus wie Kartoffeln fährt kann niemand au komm fütter mich ok thanks a lot bitch so so hier kann man zufälligerweise rein aber was die leute da alles wegschmissen haben ernste scheinke reifen dann keine ahnung was das sein soll das das weiß ich auch nicht was das ist das weiß ich auch nicht was das ist ne warte mal hier ne ich bin falsch fisch so da haben wir wieder so einen lustigen fisch so so jetzt mal schön ok das halten wir jetzt auch schon für einen weiteren Diamanten so da kann man wirklich Tage in diesem Level verbringen zack boah ich stell mich wieder an wie wie der letzte Move aber diese Musik ist so geil denn oh ja na 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 oh Gott oh Gott so geil jetzt kann ich nochmal da runter gehen so jetzt muss ich erstmal überlegen wo ist der richtige Weg was ist das der also ne das ist wieder so ein Secret so erstmal wird den Gegner hier gegen und dabei ist es mir egal dass ich dann dieser scheiß Glanz alleine stur bitte na 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 Alter und und was ist eigentlich diese Flüssigkeit ok das ist Abwasser aber reden wir nicht ganz genau darüber was ganz genau das ist Geld 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 Bingo Heller Gates so hier ist wieder Sonnen den unteren Weg werde ich jetzt noch nicht gehen uns fehlen nur noch das letzte Puzzleteil die CD und der Schlüssel der Schlüssel ach was machst du denn mach ich ok wir haben zwar die C1000 ok das hat eher nach so Diamanten ausgesehen darum lasse ich jetzt die Secret erstmal raus das ist auch ein ziemlich böses Secret so ok ok ich werde da noch nicht reingehen zum allererst schauen wir erstmal hier rein weil die CD muss sich hier irgendwo ähm befinden das ist noch etwas was ich euch noch fragen sollte und so soll ich den Hard Mode und den Super Hard Mode auch erledigen ich weiß es irgendwie noch nicht ganz genau einerseits kostet das noch viel Zeit und ich möchte ja ehrlich gesagt nicht ja ein Diamant kommt immer gut an bei mir ja wow ok haben wir noch etwas ja hier ganz böse versteckt ist die Tyree ok ok dann gehe ich mal runter ok hier ist der Schlüssel und auch der Schondervorschalter das heißt der Schlüssel alter steh auf ich habe nicht viel Zeit ok ich habe eigentlich nicht genug Zeit aber 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 das das blöd ist halt dass dass das 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 HURRY UP Team einfach nur dasselbe ist Okay, jetzt sollten wir uns erst mal ein bisschen beilen, okay, ich denke wir haben aber genügend Zeit. 10.000 haben wir schon, aber etwas Moneten sammeln tut auch dem jüngsten Wario-Fan gut. Jetzt wieder alles kaputt, zerstört und zerstört. So, jetzt mal. Hier ist so ein komisches Ding zerstört. Und da hoch. Okay, den kill. So, schieß mich hoch. Okay, jetzt haben wir genügend Zeit, um dieses Leberchen zu brennen. Und einen machen wir noch, einen machen wir noch. 10 Minuten, die ist im Level verkackt. Verbracht. Verkackt. Okay, nächstes Level. 40 below fridge. Äh fridge. Tja, und die nächste Welt ist eine Eiswelt. Und wie ihr seht, befindet sich hier schon die CD, aber da können wir nicht so einfach hin. Okay, was haben wir hier wieder solche assozialen Gegner? Die war schön mies von mir her. Jetzt kommt diese Mucke hier, die mir auch manchmal auf den Sack geht. Diese Slave ist eher so meine Hasswelt. Und das werdet ihr schon... So, daran können wir nicht. Ja, jetzt habt ihr es gesehen, warum ich diese Slave so... Ja, auf die Kasse. Cause I'm a heater. Okay, ich kann jetzt hier hoch, aber... ...aber... weiter kann ich hier nicht, ne? Achso, das ist zum Schluss. Ich habe mich noch erinnert, dass hier noch etwas war. Ein neuer Bonus. Ich habe mich getäuscht. Wisst ihr, wie es auf dem Fernseher aussieht? Ja. Ich habe mich getäuscht. Wenn man... Ich habe mein CD sein Auge. Das heißt, in einen Punkt da... ...einen Schlüssel haben wir erstmal. Das hier ist der Ausgang. Äh, da... Wieder da hoch. So, warte mal. Da ist hier dieses eine... ...Gewelchen. Ah, da oben. Da oben ist auch eins. Eins. Okay, dann muss ich wieder nach... ...zwei Dingen nach unten. Eins, zwei, zack. Oh, wie nicht daheim. So. Erstmal wieder mit Schnee-Vario. So, jetzt haben wir ein... ...böses Secret... ...gemeistert. So. Jetzt müssen wir aber jetzt... ...mal ganz nach oben. Oh. Oh. Denn... ...ganz oben... ...ist mein Ziel. Und da werden wir auch schon abgedacht. Hehehe. Ausgetrickst. Das muss man ganz geschickt lösen. So, und jetzt hier die Ampel hoch. So. Setz Logic, Alter. So. Dann wären wir hier. Und hier ist der nächste. So. Oh Gott. So, okay. Da haben wir den letzten Edelstein. Uns fehlt nicht mehr viel, wie ich sehe. Okay. Was haben wir hier eigentlich? Ah. Call. Den... 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 Den hier benötigen wir noch. Das kleine Assistenten. Oh. Schade. Schade. Marmelade. Nan 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 nan. Hopp. Und schon gegen die Wand klatsch. Okay. Jetzt haben wir hier 9000. Wenn ich hier runter hole. Ah. Ne wisst was. Hier werden dieses... Dein Froschhalter jetzt aktivieren gehen. Oh. 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 Chu mod AA... Von fein... To etwas Knandsch Of gone... Paige. Gewalt von Oz... Rocky Carn escaliner... Elf ist da noch gemerkt. Das kann ziemlich böse enden. Man darf hier keine Zeit verlieren. Alter, ich hatte so Angst da aufgespießt zu werden und zu schnitt. Jetzt sind wir mal oben. Aber wir dürfen jetzt nicht das Ziel benutzen, sondern müssen jetzt die CD holen. Und deshalb habe ich hier die Abkürzung erschaffen, sodass wir jetzt wieder da hin können, aber wir müssen wieder zurück. Und das ist so vieles bei diesem Level. Und außerdem bin ich der einzige in meiner Familie, der diese CD überhaupt gepackt hat. Alter. Set it for today. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wenn nicht, dann nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Scheiße. Ich habe tatsächlich die CD vergessen. Ja, dann muss ich jetzt alles wieder nochmal machen. Schöne. Leck mich doch. Oh.